In unserer Reihe Die Welt der Datenbanken werden wir die eine oder andere Fachdatenbank innerhalb des Datenbankhosts Genios ansteuern. Und um uns das Navigieren und das Zeigen der Navigation zu ersparen, möchte ich das in diesem Video hier einfach mal kurz dokumentieren. Der einfachste Weg ist über den Link hier oben links über alle Quellen. Wir werden sehen, dass es eine etwas nicht so ganz eindeutige Sortierung innerhalb der Genios Datenbanken gibt, innerhalb aller Quellen. Die Suche soll gehen nach der noch recht neuen Datenbank der Nahverkehr. Also geben wir jetzt hier einfach Nahverkehr ein. Das ist nämlich der schnellste Weg. Wir haben hier unten eine Suchfunktion und suchen das Ganze und haben dann hier direkt den Link auf die Datenbank. Jetzt das etwas Merkwürdige, wenn ich jetzt sage, okay, die Datenbank heißt der Nahverkehr oder das Objekt, dann würde ich das ja unter D finden. Und wenn ich jetzt hier mal so gucke, dann ist das alles etwas durcheinander sortiert. Das ist so nicht ganz erkennbar. Und ich klicke jetzt einfach mal bis zum Schluss durch. Das kann man machen, sich das hier alles durchzugucken. Mit Sicherheit auch interessant. Aber wenn man jetzt genau das Objekt kennt, dann ist die Suchfunktion hier unten natürlich weitaus effizienter. So, und am Schluss finden wir dann hier der Nahverkehr. Und hier noch die Auflösung zum Thema Sortierung. Wenn man nämlich etwas genauer sich das alles hier durchliest, dann sieht man hier, das Ganze ist nach Häufigkeit sortiert. Das können wir natürlich ummodeln, indem wir jetzt auf alphabetisch sortieren gehen, machen das Ganze nochmal mit D. Und dann sehen wir jetzt hier, dass wir das Ganze schon etwas schneller finden. Dann haben wir nämlich den Nahverkehr, nämlich hier. Ja, es wäre halt schön, wenn Genius das vielleicht grundsätzlich alphabetisch sortieren würde. Das wird es etwas logischer machen. Also der schnellste Weg hier unten über die Suchfunktion und da dann die entsprechende Datenbank einfach eintragen.